Die griechische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen repräsentiert Griechenland im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem griechischen Fußballverband unterstellt und wird von Vangelis Kauzakis trainiert. Die griechische Auswahl gehört zu den schwächeren Nationalmannschaften in Europa. In der FIFA-Weltrangliste belegt das Team im Dezember 2013 den 65. Platz. Die beste Platzierung wurde mit Platz 50 im September 2008 erreicht. Bislang nahm die hellenische Auswahl nur an den Olympischen Sommerspielen 2004 teil, die in der griechischen Hauptstadt Athen stattfanden und für die Mannschaft automatisch qualifiziert war. Ansonsten konnte sich die griechische Auswahl noch nie für ein großes internationales Turnier qualifizieren. Turnierbilanz Die Nationalmannschaft nahm zweimal am Algarve Cup teil und spielte dabei jeweils in Gruppe C, in der zunächst die schwächeren Mannschaften gegeneinander antreten. Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder Alle Ergebnisse aus griechischer Sicht Bisher gab es noch keine Spiele zwischen der griechischen und der deutschen Auswahl. Schweiz-Österreich siehe auch Griechische Fußball-Nationalmannschaft Die Nationalmannschaften Vielen Dank.